Ein Traum der Sportautowelt. Seit rund 50 Jahren begeistert der Ford Mustang nicht nur Liebhaber der schnellen Flitzer, er ist zum Kultsymbol geworden. Auch dieses Jahr geht das Modell in die nächste Runde und die Ära lebt weiter. Der neue Ford Mustang GT V8 und der Ford Mustang Convertible hatten am 16. September Österreich Premiere in Graz. Das Mustang ist eine Fahrzeugikone und nach 50 Jahren sind wir wirklich froh, dass wir die sechste Generation in Österreich bekommen, in Europa. Und es gibt kein anderes Modell, das für so viel Gänsehaut und so viele Emotionen sorgt wie Mustang. Wir haben auch vor kurzem jetzt die neueste Statistik aufbekommen, global gesehen, ist der neue Ford Mustang der meistverkaufte Sportwagen weltweit. Und das sagt alles. Also pure Emotionen und natürlich auch für das Image der Marke in Österreich unheimlich wichtig. Pure Emotionen und die Leidenschaft im Motor. Der Ford Mustang hat Generationen gezeichnet. Und auch die Steirer wissen den Sportwagen mit dem unverkennbaren Pferd zu schätzen. Wenn man eigentlich auf meine Generation schaut, ist eigentlich die Generation, die also weit über 50 schon ist, dann war eigentlich der Ford Mustang in der Jugend eigentlich von vielen ein Traumauto. Das ist eigentlich ein eigener Mythos. Man hat eigentlich das Gefühl der Freiheit, vor allem wenn man mit dem Kabel drauf fährt, also sensationell. Und jetzt also die Neuauflage ist es ein wunderschönes Auto und wir freuen uns schon alle darauf. Mit den neuen Modellen erweitert sich auch der Ford Store Reisinger um ein besonderes Erlebnis. Kundenorientierung wird hier ganz besonders groß geschrieben, damit gerade beim Ford Mustang das Gefühl so richtig genossen werden kann. Beim Mustang haben wir hier eine Sondersituation. Und dieses Fahrzeug gibt es seit jetzt 50 Jahren, 1965, 64, ein halb ist das erste Modell, das war ein halbes Jahr. Das ist Emotion, das ist Gefühl und da steckt sehr viel Geist von Henry Ford drinnen. Deswegen glaube ich, das macht dieses Auto so besonders. Das kann man auch gar nicht vergleichen mit einem normalen Sportwagen, den man so von der Straße kennt. Das ist einfach ein ganz besonderes Mustang-Feeling. Der Motor dröhnt und die Gänsehaut steigt. Der neue Ford Mustang ist nun auch in Österreich angekommen.